Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fall Guys. Und mir ist mal aufgefallen, wenn... Oh, Moment mal, ich kann euch gleich mal noch was zeigen und zwar, wie ich es gerade sehe, das machen wir einfach mal. Nächste Runde könnt ihr bitte nicht alle auf mir rumtreten, das tut weh. Äh, das Verfahren keiner... Mist, nein. Nein, nein, lasst mich doch. Nein, auch nicht. Junge, diese Ente ist ja komplett... Also langsam, entweder hat die Ultra Glück oder ist ein Cheater. Gibt es ein Cheat, wo man weiß, durch welche Tür man muss? Ich frage mich auch, wann die Fall Guys Developer endlich mal... Okay, diese eine andere Ente da, die sah noch komischer aus, wie sie da gerade rumgeflogen ist. Also entweder backen wir hier die ganzen rund ein bisschen rum, oder... Wir sind nicht so egal, wo ein Kaffee geht. Und tschüss. Ja, okay, das ist das Alte, so wie es auf dem Bild aussieht. Ah, na hä, die haben das Titelbild nicht aktualisiert. Die Map ist anders, aber das Bild ist immer noch gleich. Okay, jetzt haben wir diese... ...Drehteile. Na gut, das ist, ähm, schwerer, aber wir haben das trotzdem... Ey, der Papagei hat mich runtergeschubst. Und also, jetzt remt den neben mir. Yo, der Papagei ist ja übelst am Ragen. Ey, nein! Steh doch auf! So. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Oh nee, oh nee! So. Komm, lass mich durch, dankeschön. So. Nein! Oh Gott! Ja, ich hab's geschafft. Oh, schaff ich's noch? Ich schaff's bestimmt noch. Ey, jetzt schubb ich da hier nicht ganz halt rum. Hey, der hat das Unterteil vom Dino. Ich hab's mir nicht ge... Oh, MG, ich bin der Letzte einfach gewesen. Ha! Dachte ich... Ja, ist auf jeden Fall ein wenig schneller. Frag mich, wie diese, äh... ...Müge oder was da unten... ...sein soll, das ganze Teil da nach oben hält. Oh nein, oh nein, ja. Okay. Na. Oh, was? Ich war doch gar nicht im Visier von dieser, äh... Was war denn das? Pfirsich? Äpfel? Das sind, glaub ich, Äpfel. Och nee, schubb's mich nicht nach hinten, bitte. Okay, das ist eine Orange, das ist ein Apfel. Och, nein. Nein, nicht noch mal. Oh. Also. Hallo. Ich würd gern noch ins Ziel kommen. Ich schaff das sowas von nicht. Ich schaff das sowas von nicht. Neuerdings, seitdem das Update draußen ist, werde ich nur noch umgenietet. Ich hab überhaupt gar keine Chance mehr bei dem Spiel. Es sei denn, ich bin komplett vorne. Und wird einfach die ganze Zeit nur umgenietet, sodass man hinfliegt. Und eh, bis man der Typ seinen Arsch bewegt hat, da ist man schon draußen. So, Hunger finde ich im Gegensatz wieder ein nice Spiel. Also, das finde ich geil. Das nehme ich. Dankeschön. Oh, Fall Guys, Gott. So, dann machen wir mal die Loser fertig. Was haben wir denn hier? Haben wir hier noch ein? Ne, da vorne haben wir nur einen anderen. Oh, danke. Ich bin noch nach vorne. Wieso bin ich jetzt hingeflogen? Ich bin... Wieso fliegt mein Typ die ganze Zeit hin? Ich spring noch nur. Das ist echt ein bisschen komisch. Wenn ich ihm echt einfach püffe, dann fliege ich auch nicht auf die Fresse. So, das mittlere, das mittlere nehme ich. Oh, Dankeschön, Dankeschön. Nein. Seh auf. Ach, Dankeschön. Qualifiziert. Ach, ich bin einfach eine Majestät. So, der hat genau mein Skin nur in lila. Ich denke, Volga ist jetzt auch schon wie Fortnite an. Einfach genau dieselben Skins rauszuhauen. Nur in anderen Farben. Aber ich denke, mein Volga wird auch kommen, dass man für verschiedene Skins neue Stilvarianten freischalten kann. Das würde ich mir echt wünschen, wenn es da Skins gibt. Vielleicht in Season 3, Season 4, wer weiß. Hier gehe ich mit drauf. Dankeschön. Ich bin ja gerade mal... Hä? Ich bin gerade, glaube ich, Dritter oder so. Wieso bin ich so... Da stimmt was nicht. Das ist ein Fehler in der Matrix. Eindeutig. Oh, danke. Ich komme mit. What? Ich werde Zweiter, ich werde Zweiter. Bitte stirb einfach. Einfach. Ja. Ich bin ja komplett am Rasieren. Ui. Nein, ich gehe noch als Zweiter durch. Kriege ich jetzt Top 3 oder so? Nee, ich kriege einfach gar nichts. Ja, ist ja super, ne? Ich habe mir eigentlich vorgenommen, den kompletten Battle Pass dieser Fall Guys Season durchzudocken. Aber... Game macht dann auch irgendwann nicht mehr so viel Bock. Vor allen Dingen, weil jetzt die Chi... Mann, du siehst doch, dass die... Dass du da nicht weiterkommst. Weil die Chi da sind halt mehr geworden und es macht halt einfach keinen Bock. Vor allen Dingen ist aber auch gut, dass die Minigames bisschen gewechselt wurden. Weil, dass die da ein Update reingebracht haben, das finde ich schon mal schön. Nein, ich habe den Schwein. Och nee, ich habe keinen Bock darauf. Dann bin ich einfach so krass und stelle mich hier unter. Okay, halte deinen Schwein. Okay. Pass los. Lalalalalalalalalala. Ja. Ey. Na? Kriege ich deinen? Hallo? Ach, der hat gar keinen Mist. Komm, ich stelle mich zu ihr. Junge, ihr seid auch solche Deppen, ne? Also. Also, mir gefällt das Spiel. Ich war gerade ein bisschen lustig, wenn man ein großes Kostüm hat, so wie ich. Und nebenbei, während man auf die Fresse bekommt und eigentlich schon eine Gehörnerschütterung hat, ein bisschen noch Sport nebenbei treiben. Grün ist komplett am Rasieren, wie man sieht. Oh, ich glaube, jetzt muss ich mal ein bisschen loslegen. Sonst, ähm, leben wir nicht mehr lange. So, wer hat was? Wer hat was? Hast du was? Nee. Hast du was? Der da hat was. Der da hat was. Nein, du bleibst hier. Hast du was? Oh, hä? Jo, was sollte denn das? Warte einfach, bis jemand mit einem Schwein vorbeikommt und... Verkacke, dann elendig. Ach, nee, das ist ja gelb. Jo, hä? Nein. 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 Moin, es muss Verlängerung geben. Es muss Verlängerung geben. Ach, grün. Grün, grün. Raus mit dir. Raus mit dir. Ja. Hab ich sein? Ich hab sein Schwein. Nein. Hä? Ich hab... Nein, nee. Was soll denn das? Ihr haltet mich hier die ganze Zeit fest, man. Da hab ich jetzt schon keinen Bock mehr. Aber wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns am Mittwoch um 15 Uhr. Zwei nebran neuen Video hier auf meinem Kanal. Ansonsten würde ich sagen, hau rein und ciao. Leute. Zwei nebran neuen Video.